Wir fangen weltweit mehr Fisch, als nachwachsen kann. Gut 90 Prozent der Fischereien befischen ihren Bestand bis an die Grenzen oder darüber hinaus. Die Hälfte des weltweit konsumierten Speisefisches stammt heute schon aus Zuchtbetrieben, die nur selten nachhaltig arbeiten. Bei den in der Schweiz am meisten verkauften Fischarten prüft der WWF die Herkunft auf Nachhaltigkeit. Fische und Meeresfrüchte aus Wildfang und Zucht werden nach unterschiedlichen wissenschaftlichen Kriterien bewertet. In welchem Zustand befindet sich der Fischbestand? Wie beeinflusst die Fischerei das Ökosystem? Werden Gesetze und Vereinbarungen eingehalten? Wie nachhaltig werden Ressourcen eingesetzt? Welche Fischarten werden gezüchtet? Handelt es sich nicht um reine Pflanzenfresser, sollte die tierische Nahrung begrenzt werden und aus einer nachhaltigen Quelle stammen. Wie hoch sind die Auswirkungen der Fischerei auf die Umwelt? Eine geringe Fischdichte und ein minimaler Einsatz von Chemikalien und Antibiotika verringern den negativen Einfluss auf das Ökosystem. Der WWF prüft, ob eine effektive Gesetzgebung existiert, die den Schutz der Ökosysteme und Lebensräume berücksichtigt. Der WWF hat alle diese Kriterien in vier Kategorien zusammengefasst. Empfehlenswert, akzeptabel, nicht empfehlenswert und Hände weg. Für weitere Informationen besuchen Sie einfach unseren Online-Ratgeber oder laden Sie die WWF-Ratgeber-App auf Ihr Smartphone. Untertitelung des ZDF für funk, 2017